Und zum Spazieren geht, in über Sonnenlicht, doch um die Stadt Berlin zu sehen, in die Grisalentin. Das ist kein grauschiges Plätzchen, das ist eine ziemliche Stadt, damit man da alles gut sehen kann, da braucht man schon einige Worte. Na, was denn, na, was denn, was ist das für eine Stadt denn? Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann auch was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann auch was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir noch mal sehen. Ob das ne Sache ist, Berlin im Licht.